Nachdem ein Rentner offenbar jahrelang tot in einer Wohnung in Ovelgönne Strückhausen lag, hat nun die Staatsanwaltschaft Oldenburg Ermittlungen eingeleitet. Der Anfangsverdacht? Betrug. Ermittelt wird gegen eine 65-jährige Frau. Sie steht im Verdacht, Leistungen für ihren bereits verstorbenen Mann weiterbezogen zu haben. Im Laufe der Ermittlungen ist eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden. Bei dieser Hausdurchsuchung wurde dann der verstorbene Ehemann der Beschuldigten aufgefunden. Der Mann wurde im Dezember 2014 als vermisst gemeldet. Es gibt jedoch Hinweise, dass er bereits seit 2012 nicht mehr im Ort gesehen wurde. Er scheint schon seit langer Zeit tot zu sein. Es wurde eine Obduktion veranlasst und bereits durchgeführt. Diese hat aber keine Hinweise für einen fremdverschuldeten Tod ergeben. Ob seine Frau noch eine Zeit mit dem am Donnerstag von Ermittlern gefundenen Toten zusammenlebte, ist derzeit unklar. Es ist so, dass die Beschuldigte mit dem Verstorbenen gemeinsam in Owlgönne gelebt hat eine gewisse Zeit. Alle näheren konkreten Umstände ihres Zusammenlebens müssen wir jetzt im weiteren Verlauf der Ermittlungen aufklären. Die Kirche hatte das Gebäude einst als Dienstwohnung für die Pastoren aufwendig renovieren lassen. Als die Gemeinden fusionierten, brauchte es niemand mehr. Der Verstorbene hatte das Haus nach Angaben des Bürgermeisters offenbar bereits Ende 2011 bezogen.